Einen wunderschönen guten Tag an alles den Ersten und den Ersten da draußen. Willkommen wieder zu Movie Checks News Time und drei Themen, die ich heute auf jeden Fall auf den Plan habe, die ich mit euch auf jeden Fall einmal besprechen möchte. Zum einen geht es um Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Da hat Regisseur J.J. Abrams ein Interview mit Vanity Fair geführt und offenbart, dass es augenscheinlich auch in Episode 9 neue Machtfähigkeiten gibt, die wir erstmals auch so auf der großen Leinwand erblicken sollen. Da bin ich schon gespannt, da möchte ich mit euch drüber diskutieren. Dann springen wir rüber rund um diese ganze Debatte, die ich persönlich überhaupt nicht toll finde, um Joker 2. Was ist denn tatsächlich nun Phase? Wird es einen Joker 2 geben oder nicht? Der ursprünglich eigentlich als Standalone-Film geplante Joker wird damit meiner Ansicht nach entzaubert. Allein schon durch diese Diskussion reden wir gleich drüber. Und dann natürlich noch die Frage aus dem Marvel Cinematic Universe. Wie geht es beispielsweise mit dem Charakter des unglaublichen Hulks weiter? Welche Handlungsstränge könnte man da noch erzählen? Darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich! Wie schon im Intro erwähnt, hat J.J. Abrams ein Interview mit Vanity Fair geführt. Unmittelbar quasi ja schon, kann man sagen, vor dem Kinostart von Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Und da in diesem Interview hat er offenbart, dass in diesem Film halt neue Machtfähigkeiten gezeigt werden sollen, die wir so gesehen nicht auf der großen Leinwand bis dato zumindest erblickt haben. Das ist insofern interessant, da es einen Stamm, letztendlich an Force-Fähigkeiten gibt, die immer irgendwie in den Star Wars-Film aufgetaucht sind und benutzt wurden. Ich denke da zum Beispiel an Machtschub und Machtzug, also die Möglichkeit, Gegner, Objekte und alles andere zu bewegen, von sich weg oder zu sich hin. Dann natürlich den ikonischen Geistestrick, der in eine neue Hoffnung natürlich schon für den ein oder anderen coolen Moment gesorgt hat. Dann natürlich, wenn wir chronologisch die alte Trilogie beenden wollen, Return of the Jedi, die Machtblitze des Imperators, die, nachdem sie dann auch tatsächlich auf der großen Leinwand gezeigt wurden, auch immer wieder wiederverwendet wurden. Denken wir an Angriff der Klonkrieger, die Rache des Filmschiffes und natürlich auch die ganzen Serien, die existieren, wo irgendwelche Machtbegabten natürlich auch manchmal in der Lage sind, Machtblitze zu beschleunern. Dann gibt es aber eben auch noch Machtfähigkeiten, die ihren Weg bis dato noch gar nicht in Serie oder Film geschafft haben. Und eine dieser Machtfähigkeiten könnte tatsächlich einen Leak bestätigen, der vor einigen Wochen bereits zu Star Wars 9 aufgepoppt ist. Deswegen an dieser Stelle eine kleine Spoiler-Warnung für all diejenigen unter euch, die das nicht hören wollen. Den empfehle ich einfach weiter zu springen, weil nachdem ich diesen Leak geörtert habe, geht es eigentlich direkt weiter mit der nächsten News. Es geht darum, dass es ja die Konfrontationen geben soll zwischen Rey und dem Imperator. Und ein Leak beschreibt eine bestimmte Szene gegen Ende des Filmes so, dass der Imperator den sogenannten Machtentzug anwendet. Das ist eine Fähigkeit, die kennen viele von euch, die vielleicht Jedi Knight, Jedi Academy gespielt haben, aus besagten Spielen. Damit schafft es der Machtnutzer nämlich, die Macht eines Machtwesens an sich zu reißen und sein eigenes Machtlevel zu erhöhen. Und genau das beschreibt ein Leak, der vor einigen Wochen zu Star Wars 9, der Aufschlieg Skywalkers, an die Öffentlichkeit getreten ist. In diesem Leak ist es so beschrieben, dass dieser Force Gain, beziehungsweise dieser Machtentzug, vom Imperator ausgehend auf Rey wirkt und sie ihrer Machtfähigkeiten beraubt wird. Und ihrer Verbindung der Macht dann auch sozusagen beraubt wird. Und dieser Leak führt das weiter so fort, dass der Imperator damit auch total overpowered ist. Und der Leak endete dann so, dass auch einmal die Machtgeister von Leia Organa Solo, einer geborenen Skywalker, Luke Skywalker und Anakin Skywalker auftauchen, sich quasi über die Macht mit Rey verbinden. Rey ihre Macht quasi zuteil werden lassen. Und mit dieser Macht der Skywalker-Familie es dann Rey schafft, den Imperator zu besiegen. Und aufgrund dieser Machtverbindung, dieser Machtintensität, die sich in Rey fokussiert und aus der Familie Skywalker stammt, soll Rey damit, obwohl sie rein biologisch keine Abstammungsverhältnisse zu den Skywalkers besitzt, zu einer Skywalker werden. Und das, finde ich, ist ein interessanter Aspekt, wenn man jetzt diesen Interviewartikel mit dem Leak in Verbindung bringt, dann könnte das meiner Ansicht nach schon passen. Wie steht ihr dazu? Eure Meinung in die Kommentare. Und wir gehen über zur nächsten News. Todd Phillips' Joker-Interpretation ist die erfolgreichste Comic-Verfilmung ever und überflügelt sogar Avengers Endgame am Box-Office. Und dementsprechend waren viele Fans natürlich dann auch irritiert, als es hieß, wir machen einen Joker 2. Warum irritiert? Freut man sich doch eigentlich, wenn ein Charakter weiter fortgesetzt und weiterentwickelt wird. In dem Fall allerdings nicht, weil im Vorfeld der Produktion von Seiten Warner Brothers als auch von Seiten des entsprechenden Regisseurs Todd Phillips die ganze Zeit davon die Rede war, dass man mit Joker einen Einzelfilm produziert, der keine Fortsetzung nach sich zieht. Das ist ein Statement gewesen, das wirkte zumindest im Vorfeld wirklich standfest. Dann hat der Film aber über eine Milliarde Dollar eingespielt und zwangsläufig, und das hat auch Todd Phillips eingeräumt, der sich mit den Chefs von Warner Brothers zusammengesetzt hat, dann hat man natürlich auch die Option mal durchgerechnet, wie man ein Sequel zu diesem erfolgreichen Film aufziehen könnte. Jetzt scheint es allerdings so zu sein, dass Todd Phillips meiner persönlichen Auffassung nach versucht, dieses Joker 2-Thema etwas zur Seite zu drängen. Stattdessen wirft er dem Begriff des DC Black in den Raum. Ein Filmuniversum, das abgelöst vom DCEU sein soll, also von den Filmen, die mit Justice League und so verbandelt sind, und sich stattdessen einem düsterem Teil des DC-Universums widmen soll, nämlich den ikonischen Anti-Helden und Superbösewichten der DC Comics. Und Joker soll diesbezüglich ein Anfang sein, dieses Universum initiieren, und es sollen weitere Filme folgen, die auch für sich als Standalone-Filme betrachtet werden sollen, und da bleibt halt abzuwarten, welche Bösewichte hier noch ihren Einzelfilmen bekommen. Man denkt natürlich dann so an ikonische DC-Bösewichte, wie Poison Ivy, wie Bane, wie den Pinguin, Two-Face natürlich auch, und viele, viele andere, die es als interessante Bösewichte im DC-Universum gibt. Und trotzdem weiß bis dato immer noch niemand, kommt jetzt Joker 2 oder nicht? Ich persönlich kann mir vorstellen, dass man jetzt diese Ruhe, die man sich erkauft hat durch die Ankündigung des DC Black, so wie Todd Phillips es zumindest nennt, sich tatsächlich auch eine Gnadenfrist versucht herauszuspielen, um sich Gedanken zu machen, macht man das Fass auf und überlegt tatsächlich dann auch öffentlich über einen Joker 2, oder lässt man den Joker, so wie er jetzt steht, in seiner Performance stehen, oder eben nicht? Ich würde es mir freuen, würde es mich freuen, äh, würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn Joker als Solofilm so bestehen bleibt, keine Fortsetzung kommt, weil damit das Werk tatsächlich abgeschlossen wäre, und, das finde ich noch viel wichtiger, wichtiger, auch darüber hinaus dann wirken darf. Ja, wenn man jetzt auf eine Fortsetzung hofft, dann, ähm, dann, äh, weiß man, glaube ich, irgendwann diesen ersten Teil gar nicht mehr zu schätzen, und der Charme und auch das Besondere dieses ersten Teils geht damit flöten, weil letzten Endes der erste Teil dann immer mit dem zweiten Teil verknüpft bleibt, und falls der zweite Teil grottenschlecht wird, auch die Gesamtperformance des ersten Teils, meiner Ansicht nach, herabgesetzt wird, aufgrund der Tatsache, dass es eben zwei Teile gibt, die sich mitunter aufeinander beziehen, und damit sowohl die Stärken als auch die Schwächen des jeweils anderen aufeinander auch wirken und sich auswirken. Und das würde ich mir echt wünschen, dass das bei dem Joker-Film nicht der Fall ist, dass man sagt, okay, hier trennt man tatsächlich, ähm, ähm, das, was man sonst immer im, 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 im Filmbusiness macht, nämlich den, den, ähm, den, ähm, ähm, kommerziellen Aspekt, von dem Aspekt, was, was die Fans sich wünschen, und die Fans haben sich auf einen Solo-Joker eingestellt, dann sollte man es meiner Ansicht nach auch dabei belassen. Ich brauche persönlich nicht zu jedem Thema eine Fortsetzung, ich bin auch mal froh, wenn etwas, was ursprünglich als Solo-Film angekündigt wurde, dann auch als Solo-Projekt so bestehen bleibt. Und damit auch, wenn es im Fall von Joker tatsächlich so gelungen ist, auch so bestehend glänzen darf. Zu guter Letzt werfen wir auch noch einen Blick ins Marvel Cinematic Universe. Da gibt es ja einen Charakter, der, ähm, abseits aller anderen Charaktere keinen leichten Stand hat, eben weil die primären Rechte an diesem Charakter nicht beim hauseigenen Studio liegen, sondern immer noch bei Universal Pictures. Die Rede ist natürlich vom unglaublichen Hulk. Und, äh, die Art und Weise, wie Hulk seinen Weg ins MCU gefunden hat, begann ja relativ holprig mit Edward Norton, der letzten Endes sich aber mit Disney, beziehungsweise mit Marvel Studios, es sich, äh, verscherzt hat. Wer da Schuld hat, ist ein eigenes Thema, brauchen wir jetzt hier nicht beleuchten. Dann kam Mark Ruffalo, der eine richtig, richtig geniale Performance bereits, ähm, in Avengers abgegeben hat, im Jahr 2012. Und auch sein Story-Arc über die folgenden Avengers-Filme meiner Ansicht nach richtig, richtig gut ausgeschöpft hat. Jetzt ist allerdings die Frage nach Avengers Endgame, wo er sich als Professor Hulk letzten Endes etablieren konnte. Wie geht es mit diesem Charakter weiter? Welche Geschichte kann man als nächstes erzählen, anhand und auf Grundlage der rechtlichen Gegebenheiten, die aktuell noch herrschen? und, äh, aufgrund der Tatsache, dass 20th Century Fox jetzt von Disney ja geschlüpft worden ist, wie ihr sicherlich, wie ihr alle wisst, ähm, damit auch die Rechte der X-Men unter anderem wieder bei Disney liegen, ist die Hoffnung bei Mark Ruffalo persönlich ganz groß, dass es irgendwann nochmal eine Konfrontation zwischen dem Hulk und Wolverine geben wird. Es gibt da einen entsprechenden Story-Arc, der nennt sich, äh, Immortal Hulk. Gleichzeitig gibt's genau so einen Film, ähm, Hulk vs. Wolverine bzw. Wolverine vs. The Incredible Hulk bereits im Zeichentrick-Format. Ein richtig, richtig cooler Animationsfilm, wenn ihr mich fragt. Deadpool spielt da auch, glaube ich, noch eine Rolle. Und, ähm, darauf würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn man diesen Story-Arc angehen könnte. Ähm, das wird wahrscheinlich aber nicht in Phase 4 der Fall sein. Dafür ist das mit dem Deal zwischen Fox und Disney zu knapp gewesen. Ich rechne dann damit eher in Phase 5, vielleicht auch erst in Phase 6, je nachdem, wie schnell und gut Kevin Feige erst da exeln kann, die X-Men für sich und Marvel Studios und das Marvel Cinematic Universe neu zu erfinden. Bis dahin bleibt trotzdem die Frage Phase 4, Phase 5, wie kriegt man den Hulk mit Mark Ruffalo als Darsteller hier noch irgendwie unter? Da bietet sich She-Hulk an. Und da weiß man noch gar nicht so viel, ähm, über diese Serie, über diese Disney-Plus-Serie, die da angedacht ist, neben Moon Knight und anderen Serien, die im Verlauf auch noch angekündigt wurden. Ähm, She-Hulk ist allerdings eine der realistischen Möglichkeiten, um den Hulk auch weiterhin im MCU präsent zu halten, meiner Ansicht nach. Professor Hulk am Ende von Endgame, könnte ich mir vorstellen, dass er wieder an die Uni geht, ähm, und da auch lehrt, abseits dessen aber trotzdem natürlich noch als Avenger auch tätig ist. Und es könnte, meiner Ansicht nach, sogar so sein, das wäre ein relativ einfacher Story, aber ich bin auch kein Drehbuchautor, dass vielleicht, ähm, durch irgendwelche Experimente, die der Hulk, aka Bruce Banner, durchgeführt hat, um sich tatsächlich zu Professor Hulk werden zu lachen, irgendwelche Proben existieren, die in die Hände einer Studentin, einer neugierigen Studentin kommen, ähm, und, äh, sie, wer auch immer das ist, dann zu She-Hulk wird, und im Rahmen dieser Disney-Plus-Serie von Mark Ruffalo, wo es Professor Hulk an die Hand genommen wird, um mit den ganzen, ähm, komplizierten Eigenschaften eines Hulks letzten Endes, äh, an die Hand genommen zu werden und quasi in einer Art von Hulk-Mentorenprogramm zu kommen, ähm, welches natürlich dann von Bruce Banner, aka Professor Hulk, geführt wird. Das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, ich fände es persönlich auch ziemlich witzig. Ähm, was könntet ihr euch vorstellen, wie geht die Reise des unglaublichen Hulks, schrägstrich Professor Hulk weiter? Lasst mir das mal in den Kommentaren da. Das war die News-Time für heute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, da unten könnt ihr abonnieren, Social-Media-Kanäle, wie immer, hier wird zwischendurch auch gepoppt. Das war's von mir, und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Das war's von mir. Das war's von mir.